Jo Leute, was geht ab? Wir haben am Start und herzlich willkommen zu einem neuen Versuche-nicht-zulachen-Video hier auf meinem Kanal. Heute zusammen mit DENERGY mit neuer Mütze. Was geht ab? Hi, ich habe eine neue Mütze und ich wollte sie einfach mal kurz in den Raum werfen. Cool. Ja, wie findest du sie? Ich kann sie ja nicht sehen, also... Ja. Aber gut, Freunde, ihr seid schon am Titel. Wir machen heute nochmal eine Versuche-nicht-zulachen-Challenge. Und heute wird wirklich nicht gelacht. Das hier ist, by the way, die allerletzte Folge im Jahr 2021. Was? An der Stelle erstmal, hey. Hey, im nächsten Jahr gar nicht mehr. Danke. Danke, im nächsten Jahr, jede Woche, weil die Klicks müssen ja weitergemacht werden. Jo, nächstes Jahr bin ich ein Vater geworden, denn ich habe gekennzeichnet bekommen was. Okay, Mann. Bisschen cringe, ne? Ich hoffe nicht mit Alina. Deswegen ist die Väter schon. Ich habe mich selber geklappt. Ja, hast du. Alter. Ja, gleich erstmal den Arm von Michel ausholen. Gut, Freunde, ich würde sagen, wir labern nicht nach oben rum, lasst mir mal einen Daumen nach oben da wirklich zum Finale, dieses Jahr scheppert noch einen Daumen raus. Finale. Hohoho. Finale. Finale. Hey, Daniel. Oh. 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 Throw this disc. Oh. Der Verlierer? Letztes Mal haben wir es vergessen. Ganz kurz, Digga. Der rennt dagegen und tut es sonst wäre nix. Er macht einfach weiter. Guck, warte, 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 warte. Ab jetzt. Digga. Er redet. Er läuft dagegen. Er macht einfach weiter. Tatsächlich ist es passiert. Guck. Throw this disc. Hä? 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 Hey. Ab jetzt der Verlierer muss bei einem Instagram Model kommentieren. Das haben wir in der letzten Folge vergessen. Junge, warst du Instagram Model, Bruder? Also jeder schreibt bei Alina, okay? Ja, okay. Ja, das ist eine gute Bestrafung. Dann versuche ich mal nicht zu lachen. Oh nein. Im Notfall muss ich bei meiner Freundin kommentieren. Nein. Irgendein Instagram Model. Los geht's. Okay, komm. Let's go. I really wish I had a shopping cart right now. Okay. Here we go. Here we go. Oh scheiße. Der Salon. Der Salon. Oh mein Gott. Digga, der erste Clip. Nein. Komm mal, damit sie verlieren wir nicht. Nein, nein. Mein Gott, Digga. Nein, nein, nein. Fuck. Ich habe es so verkackt gerade, Digga. What? Bro, nein. Das sind geil, Digga, am Ende. Oh, ich suche so ein richtig cringiges. Ah, Digga, geil. Ey, Bro, ich war gerade voll im Video. Ich habe das voll vergessen. Ja, ich habe es auch voll vergessen. Wir machen jetzt weiter. Nein, lass noch mal. Gar nichts noch mal, Junge. Nein. Oh, okay. Oh. Alter. Was? Was passiert? Nee, der Stuhl ist gekracht, weil er zu schwer ist. Hatste das auch schon mal eigentlich? Ja, hatte ich, Digga, ehrlich gesagt. Ich wollte nur nachfragen, Mann. Alter. Alter. Hä? Er geht kopflos. Warum macht er das? Diese Mucke. Okay. Oh, shit. Oh, ist vorbei. Oh, clean, Mann. Oh, äh. Clean, Mann. Yo. Oh, oh. Oh, oh. Digga, das wärst du als Bär. Kickt einfach in nichts hin. Oh, ein Cool. Äh. Oh, Tony Hawk sind fertig. Nee, Matthias eher. Jetzt aber, Matthias. Los geht's. Oh, Digga, die druckt die neue Katze aus. Was kommt? Yo. Oh mein Gott, Alter. Oh, geil. Was ist das noch? Ey, diese Welt ist so abgefuckt. Alter. Diese Welt. Das ist so random, Mann. Das ist so random, Mann. Warum lach ich da drüber? Oh, oh. Tell us something your mum doesn't know. Oh, oh. Hahahaha. Alter, Wheelie mit dem Pferd, Junge. Oha, Digga. Was ich gespielt habe. Tschüss. Digga, in Indien wieder irgendwo. Oh, das ist so wild, Digga. 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 Saugroboter will ja. Die werden Geld drauf. Digga, das ist so dumm, Mann. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Digga, der Hund, der Hund sitzt du und denkst an der F*** dein Leben, Mann. Hä? Bro, warum setzt man sich denn schon dann drauf? Warum, warum? Ja! So Karma, Alter. Look at that big ass bird. Big ass bird. Oh oh. Oh oh. Ich liebe das, Digga. Look at that big ass bird. Bird. Bro! Digga, der wollte ihr Schminke abfangen. Oh, kauf mal... Wie random war das grad? Warum hat der die gegen das Regal ge... Egal, aber... Why are you burning? Why are you burning? Hast du ein Würstchen? Roof burning. Oh. Oh my god! Tschüss, tschüss. Was war das? Merde, was hat er? Äh... Dude, perfect. Oh, getroffen, oder? Oh, da bin ich. Oh ja, das war ich. Oh ja, das war ich. Oh! What the fuck! Mom! 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 Oh nein, das geht so lange jetzt. Mom! Mami! Mama! 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 What? Bum-Ding-Gang! 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 Halt! Nein, ich spinne nicht. Ich will weggucken. Bum-Ding-Gang! 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 Ja, Mann! Spinni! Ah, der Typ, den kann ich. Spider! Oh, shit! Oh, shit! He was haltet! Ja, du sollst du dich auf mir Planję. Bum-Ding-Gang! Oh, shit! Bum-Ding-Gang! Jetzt soll das gleich nass Laschet aus tribes in und bow sich auf uns kurz. Ich bin auf Comedy-Stretch. Es ist um 15 Sekunden. Bro, me and my boys escaping R51, Digger. Digger, you whipped. Freshly whipped, Digger. Alright. Äh... Junge! Nerf mich nicht mit diesem Meme! Was ist das? Ey, warum ist heute die ganze Zeit dieser Scheiß? Mummi, Mama, Mummi, Mama! Ist das ein neuer Trend oder so? Nein, keine Ahnung! Wow! Denkli war ich auch schon. Hunderttausendmal gelesen. Joho! Ich glaube, der Typ, das ist das originale Video, der ist auf seinem Schreibtischstuhl so nach hinten umgekippt, Bro. Die Leute, die Leute, deine Mom, Digger. Oh, die editieren einfach alles da rein. Just that. And then you can get weird, you can do this. Boom. Going backwards. This one's called the NBA Slam. Oh! Oh! Oh, nein! Oh, nein! Oh, nein! Oh, nein! Alter, mich wie Aufwand! Das ist so dumm, Digger! Du bist ja ne scheiß krank, Girl! Der macht drauf, da steht da da, killing a bitch in a titty! Ey, ich sag' ich... Oh, nein! Oh, nein! Oh, nein! Oh, nein! Das macht keinen Sinn! Das sind diese gestellten Videos, Digger! Oh, Dubs! Oh, du safe, man! Ey, lol! Oh, das... White people be like... Jaja, ich schra! Der ist ja mit mir noch einmal komisch komplett raus, ne? Alright, so, I've got my trustee, stop watching! Here they come down the hill! It looks like Ruben is in the lead! Oh, jeez! Bro! I punched Ruben! Hey, come on, man! Get your pickle-tina, boy! There you go, that comes in here, that boy! Okay, man! Ah, da wird lecker Essen gemacht! Ratatouille! Ratatouille! Oh, what did we make it today? Hast du jetzt erst nach 30 Sekunden, wo der Klimplot gerafft, oder was? Alter, ich muss los! Boah, ich kenn' die Klimps! Die Katze nimmt jetzt auseinander! Die leck... Ne, stimmt! Das war die Alte, die in Twitch-Livestreams mit ihrer Katze rummacht! Junge! Oh, das ist geil, man! Oh, das ist geil, man! Oh, shit! Okay, Freunde, zwei... Ne, gar kein Clip mehr, jetzt reicht's mir! Oh, das ist geil, Junge! Junge, ich raste hier auch komplett aus! Wie viele Klimps davon wollen denn noch kommen, Junge? Ich kann nicht mehr, ich schwöre! Ey, Daniel! Perfekt! Hey, danke! Freunde, ich würde sagen, das war's mit dem Video, aber ich hab's natürlich nicht vergessen, ne? Du hast schon gehofft, die wird's nicht mehr ansprechen, aber ich geh jetzt mal kurz auf Instagram und guck mal, wo du da kommentieren willst! Oh, scheiße, ich hab's vergessen, Alter! Weißt du, wir holen irgendwen, der uns gar nicht kennt! Irgendwer, der auch nicht viele Follower hat! Wo es so richtig schön cringe ist, weißt du, wie ich wollte? Mann, Alter! Was soll denn Alina denken, Mann, wenn sie das sieht? Du wirst noch sehen, Junge! Warte mal, wo könntest du denn mal kommentieren? Wer ist mit Shirin David, die kennst du doch von früher? Niemals Shirin David, Bro! Du kennst doch Shirin David! Nein, nicht niemals Shirin David, Bro! Das kann echt wieder für Wellen sorgen, Digga! Hör auf, hör auf! Das ist ja schade, ne? Ja, man kann ja mal locker fragen, ob man vielleicht mal Songs zusammen macht! Nein, 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 nein! Das ist eklig, Digga! Nein, das ist eklig! Bro, ist doch nix dabei! Bro, bitte nicht! Nein, nicht das! Shirin Babe heißt sie oder so, ne? Ey, nicht diese Richtung, Digga! Warum nicht? Nee, sie heißt Shirin FP! Nee, nee, sie heißt Shirin, ich hab's aber schon gefunden! Nee, Shirin David heißt sie, ganz normal! 5,8 Millionen Follower! Okay, nee, ey, was anderes! Das ist unangenehm! Also, warte! Geh auf Shirin, ihr neustes Bild, und kommentier! Genauso heiß wie früher! Bro, wenn sie das... Ich werd nie irgendwann eine Chance haben... Genauso heiß wie früher! Wie, du wirst nie eine Chance haben? Nie eine Chance haben, mit den Features zu machen! Junge, die kommentieren... Oh Gott, wenn alles in den Kommentaren ist... Ja, ja, ich seh's grad! Ne ganze Menge! Echt! Nein, 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 nein! Ja! Kommentare! Denergy, genauso heiß wie früher! Kommentier mir direkt über OH-Frage-Zeichen! Ey, 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 ey! Mach das nicht groß jetzt, Digga! Reicht doch jetzt! Super! Leute, ich würd sagen, das war's dann heute mit dem Video! Wenn ihr das Video auch genauso heiß fandet wie früher, lasst einen Daumen nach oben, darf ich es jetzt sagen! Haut da rein! Und schöne Grüße an Michelle! Ich wünsch dir einen guten Rutsch des Neujahr! Hoffentlich sehen wir uns dann im nächsten Video! Ja, auch an Alina! Bis dann, Herr!